Oh, ich muss dir was zeigen. Wo bist du? Boah, da redet bis zum Psychopath hinterher. Ja? Das trifft einfach nicht. Oh mei. Jonas, du wolltest dein Haus machen. Hey cool, du hältst den Bogen so geil. Oha! Oho. Ähm. Oho. Extreme Server-like. Nein. Juli kommt. Okay. Ich sagte Juli. Ich komme auch mit. Der ist schon hier oben. Grunder. Bin ich gleich tot, Alter. Juckt mich nicht. Alter. So, warte, warte, warte. Jawohl, Amelef ist gespielt. In die Kiste. In die Kiste. In die Kiste. Schau. Was war da? In der Kiste war nix. Schau in die Kiste rein, wo ich auch drin bin. Ja. Gib her. Leg wieder rein. Ey. Ey Jonas. Nein, nein, nein. Gib her. Gib her. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh scheiße. Wo seid ihr? Ich habe hier. Keine Ahnung. Oh, Leck. Oh scheiße. Oho, Leck des Todes. Jonas, gib her. Jonas. Nein. 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 ich weiß es nicht ist unter alle sauber so was ist es einfach alles mir ist alles meins nein 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 so das wäre du es nicht immer wegschmeißen braucht keine Sau Mann da wollte ich dich so die Hate Amelie fers lan fers lan das war eins das war eins das war eins das ist diese bewährte mich schon gemacht ich weiß das wird eins das es denn der einste sind es und es und er ist das das sind es und ist und der Ok das wird eins Das war's glaube ich, oder? Wie okay, bitte. Komm her! Ey, was macht der Baum hier? Alter. Was soll der Scheiß? Ah, Pett, ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen Terraforming machen. Geh weg! Komm schon! Lass den Baum in Ruhe. Er ist mein Baum, hallo? Der ist hässlich. Alter, das sagt nichts wegen den heiligen Baum. Ach schon. Der muss zensiert werden. Du treffst ihn nicht. Na, komm! Oh, jetzt. Oh, oh, was ist besser? Ich darf nicht so nah auf dir drauflaufen. Halbes Herz. Was? Für früh. Was? Oh, oh. Kleck mir auf die Messe, Alter. Es! Was macht ihr denn da? Nix, nix. Was? Was? Du hast auch Jonas mit dem Bogen zu töten und du schaffst es nicht. Ja. Ja. So, jetzt habe ich noch schön was gegessen. Wir haben schon das Item, die spawnen können, ne? Ja, deswegen komme ich ja jetzt auch schon wieder. Nein. Oh, Alter, wie knapp. Oh. Nein, ich habe keine Pfeile mehr. Pfeile, 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 Pfeile. Wo sind die Pfeile? Da. Meins. Da, 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 da. Das war deins, das war deins. Das war deins, das, das. Das war deins. Äh, das ist ein 36 durch 2. Kein Ernst. Wie viele Herzen hast du? Genug. 36 durch 2, warte, sind 15, sind 15,5. Wat? 15,5. Was? 15,5. 15,5. 15,5. 15,5. 15,5. Sind 31. Durch die Türe. Durch die verschlossene Tür. Was? Seit wann geht das? Seit wann, Alter. Was? Was? Ich habe mich durch die verschlossene Tür abgeschossen. Ey, seit wann geht das, Alter. Was denn? Ich habe mich durch die verschlossene Tür abgeschossen. Achso, ja, das geht schon lang. Echt cool. Scheiße, das habe ich nicht gewusst. Echt cool, scheiße. Was? Hey, mach mal Bogenbattle. Nein, verpiss dich. Oh Mann. Sind wir jetzt in Ruhe? Ja, wer tötet mich dauer? Ich will produktiv sein. Ich will nur meine Sachen haben. Ja, dann greifst du mich auch mal wieder an. Ja, weil du noch was von mir hast. Ich habe gar nichts mehr von dir. Doch. Doch, schon dein Spitzhackel. Und meine Diamanten. Das sind meine Diamanten. Die habe ich mir geklaut. Ja, geh weg. Ich muss craften. Geh weg. Dieser Blick. Geh weg. Wie gerne er mich schlagen will. Ich will dir nicht wehtun. Du bist doch so klein und zerbrechlich. Headshot. Ich bin klein und zerbrechlich. Ja, siehste. Du bist klein und hässlich. Dafür wird Patty jetzt gekillt. Nee. Mein Skin ist geil. Jonas, du gewinnst eh nicht. Okay. Okay. Battle, okay. Gewinn. Jetzt will er gegen Juli battlen. Ja, mach mal. Nein. Ja, jetzt hast du Schiss. Wie nicht zwei. Wie nicht zwei. Zwei, wie so. Nur Jonas, Honk. Ich gehe mit dich. Oh man. Ja, dann ja. Okay, komm. Nur mit Eisenschwert. Ja, komm her. Achso, ohne Rüstung oder was? Ja, ohne. Nee. Ja, jetzt auf einmal. Ja. Ja, aber ich will meine Level nicht verlieren. Ich gewinn sogar mit Rüstung. Okay, komm her, mit Rüstung. Ja, hast du Rüstung? Nee, ohne. Aber ich ohne, du mit. Ja, komm her. Wo bist du? Ich will so lachen, wenn Jonas gewinnt. Wenn Jonas gewinnt, dann lachst du was von. Ja, lach. Okay, jetzt muss ich gewinnen. An welchem Haus? Juli, ich will verzaubern. An unserer Fläche unten. Hinterm Lagerhaus. Goldes Haus. Juli, ich will verzaubern. Äh, sagst du Rüstung nicht mehr. Warte, ich schreibe gleich mal WhatsApp. Ohne Bogen. Ja. Okay. Okay, bereit? Ja. Okay. Zwei Schläge. Aber dein Eisenschwert dich verzaubert, oder? Nein. Nicht. Nein, das ist nur ein ganzes Yes, das Wort. Aber warum bin ich da mit zwei Schläge down? Weil du, weil du keine Liste anhaftung honk. Ja, aber dann... Weil du sechs Schaden machst. Äh, weil du mit Eisenschwert sechs Schaden machst. Der letzte Schlag habe ich sogar zehnt gemacht. Ja. Natürlich. Zwischen sechs. Ich habe sechs Anwals-Card. Ähm. Was ist das hier für ein... Ne, Ab... Äh. Für ein... Gedönsviechteil. Ganz schön, dass du mal erklärst, Juli. Ich habe gesagt, einmal. Hm. Äh, nicht teleportieren? Hm. Es tut mir nicht einfach normal. Kannst du das mal erklären hier? Notieren. Kannst du es dir bitte mal erklären, Juli? Was denn? Ja, hier bist du ja unten von dem Drixen Center Portal. Wie das funktioniert. Das... Das funktioniert nicht. Das funktioniert im Single... Singleplayer. Warum funktioniert das nicht? Weil... Im... Weil der... Jonas hat mir erklärt, dass im Multiplayer der, äh... der Junk-Load anders ist. Das und die Publizierung passiert auf dem Tuch. Ey, das ist lustig. Das ist politisch. Das ist so sehr anders, wie ein Russisch. Das macht es halt echt. Oh Gott, ich habe auch einen Spaß. Ich habe wirklich die Kräfte. also diese behinderte Kinder macht halt gleich Formel 1 Neuh 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 ne de nuh ne dü Şah Okay, gut. Shuffle coffee. Okay, gut. Das hat ich dir verrückt, ey.